Man ist geblendet von der Schönheit. Oh, jetzt reicht's auch. So, jetzt ein bisschen ernst. Samstag, der 18. April 2020. Es ist 19.25 Uhr. Jetzt live mitfiebern. Bei der Ziehung der Mattozahlen. Mit Mirjam Hanna. So, ein schöner, frühlingshafter Samstag, liebe Tipper. Und ein Blick zur Seite zeigt uns acht wunderschöne Millionen. Gut also, dass Sie heute mit dabei sind. Lassen Sie uns schauen, was wir heute kugeltechnisch zu bieten haben. Ja, und die Ziehungsgeräte und alle Kugeln sind natürlich wie immer ordnungsgemäß überprüft. Alles ist jetzt einsatzbereit. Ich drücke Ihnen die Daumen und sage, Ziehung frei. Ja, liebe Tipper, wir sind ja noch immer im Corona-Ausnahmezustand. Keine Beziehungsfragen, keine Glückwünsche. Niemand ist bei mir hier in der Nähe. Ich muss ehrlich zugeben, allmählich vermisse ich Sie, liebe Tipper. Hier kommt unsere erste Kugel. Und das ist die 15. Besucher können ja, wie gesagt, leider nicht in den Tag oder nicht ins Studio kommen. Und sobald auch für uns die Ausgleichsbeschränkungen gelockert werden, ist das natürlich wieder möglich. Und hier ist unsere zweite Kugel. Das ist die 28. Bis dahin hilft vielleicht ein Blick in unsere 360-Megraat-Kamodan. Die ersetzt natürlich nicht wirklich das Live-Feeling, aber man ist richtig, richtig nah dabei. Kugel Nummer 3 ist die 42. Pause, ganz echt. Und ab nächster Woche werden wir sich hier an unserem Monitor finden. Kugel Nummer 5 ist die 39. Und dabei gilt, die Fotos erlauben, dass es wirklich was Spaß macht. Schicken Sie mir lustige, witzige Fotos. So wie Sie wirklich Tippen für Ihren Tipps halt ausfüllen. Ihr wisst bestimmt, was Lustiges bei rauskommt. Und das ist unsere letzte und sechste Kugel. Und das ist die 35. So, und ich bin hier schon bei unserer Superzahlmaschine. Was fehlt uns natürlich zu unserem 8 Millionen Euro Glück? Unsere Superzahl. Und die ziehen wir jetzt. Ja, also liebe Tepa, schicken Sie mir sehr, sehr gerne eine Foto von Ihnen. Genau hier auf unserem prominenten Monitor werden alle ab nächster Woche drangepinnt. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so alleine. Und hier ist unsere Superzahl. Das ist heute die 3. So, und dann gucken wir uns alle eben gezogene Zahlen auf unserem Monitor gemeinsam an. Hier sind die Lottozahlen 6 aus 49. 11, 15, 28, 35, 39, 42. Und die Superzahl ist heute die 3. Dazu gibt es die Zusatzsaterien. Die haben wir ja immer schon im Vorfeld ermittelt. Und hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel 77. 2, 8, 7, 4, 7, 8, 3. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6. 5, 9, 9, 8, 4, 7. Ja, liebe Tepa, da bin ich ab Mittwoch mal richtig gespannt. Und gar nicht mehr alleine in besserer Gesellschaft. Da hängen wir ab nächsten Mittwoch. Sie und ich gemeinsam auf unserem Monitor. Machen Sie sich noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns kommende Mittwoch pünktlich um 18.25 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Die Live-Zielung der Lottozahlen nur auf Lotto.de Perfekt, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020